Das war's nicht genug. Das war's nicht genug. Okay, das hat ganz dick gesagt. Du brauchst mehr Speed. Er bricht das Ding ab. Irgendwann, wie die Fahle in sich zusammensieht. Gib Gas, gib Gas, okay? Hier kommt er. Hier kommt er. Hier kommt er. Wie gesagt, passt deine Hüfte drauf. Das war die Hüfte, die lecker hier hinter der Ecke noch geklemmt ist. Weißt du, warum die Zocobona so'n Shit machen? Weil das ganze Oranium da bei Rössing in den hier Trinkwasser reinkommt. So, die trinken seit Lighties trinken schon dieses Oranium. Deswegen haben wir jetzt so Kacke im Kopf. Die sind auch gut. Jumpt, ich fuck. Halbe Stunde.